Okay, Mathe 1 bei Hager, haha, was? Jo, hatte ich echt. Tim Hager hieß der doch, oder? Der hat sogar einen Twitter-Account. Vielleicht kann ich den mal anschreiben, ich könnte fragen, Retreat für Klausur-Free. Irgendwie sowas. Das wird auch feierbar, oder? Ich gebe dir ein bisschen Twitter-Follower und er gibt mir einfach eine 2,0 oder so. 3,0, 4,0, auch fein. So, jetzt, Geist-Chat weg. Dad, damn. I ghost him, please. Was? So, mal gucken. Ob der Rennington hier langkommt. Wäre sehr nice für mich. Hat auf jeden Fall topside gestartet. Scheiße. Oh, ich bin ein bisschen late. lol, DC. Rauffauen, raufhauen, raufhauen. Ah, tut mir leid, ich habe auch DC. Oh, nein. Ich habe auch DC. Oh, mein Gott. Ich konnte nicht, ich konnte nicht aufhören zu auto-attacken. Ich habe auch DC bekommen. Bin ich noch live? Hallo? Bin ich noch live? Ich hoffe. Oh. Meine Güte, Telekom echt, ne? Scheiße. Der rennt aber nicht runter, oder? Ne. Okay, mein Internet geht wieder. Puh, das war echt close. Das war ja echt close, ey. Scheiße. Bin wieder da, Geist. Bin wieder da, alles gut. Internet geht wieder. Ich habe überlegt, ob ich was anderes kaufe, aber ich finde das hier schon ziemlich, ziemlich stark, ne? gegen Renek und Xin schon sehr, sehr nice an sich. Ja, muss jetzt nicht sein, aber gut. Stirb. Nice. Wave crashed, oder? Crasht. Ja, Wave ist crashing. Nice. Ja, dass Talon so spielen darf, ne? Keine Ahnung. Das ist doch einfach nur frech. Der droppt da für zwei Waves Mitte. Und spielt wie ein kompletter Psychopath. Okay. 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 Decent trade, auf jeden Fall. Ja, decent trade, auf jeden Fall. Ah, fuck. Ah, fuck. Scheiße. Scheiße. Aber keine Sums mehr Toplane. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Aber ist fein. Ich habe TP. guter Spieler. Das soll ich sagen. Sympathischer Jungler. Ich geb ihm Jungle und er schreibt 9x Toplane. Das mit Toplane ist sehr, sehr belastend, echt. Sehr, sehr belastend. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht. Der ist ziemlich, ziemlich stark. Ja, das kann er halt immer machen. Der kann einfach immer Double Dashen und dann ist er einfach gone. Oh, ich hab die so gebaitet. Heiliger Bum Bum. Nice one. Ich werde auch noch den nächsten Wave nehmen. Ah, fuck. Ich hab meinen Finger auf HW gehabt, aber die Animation ist, glaube ich, 0,5 Sekunden oder so. Das ist wirklich, 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 da was dagegen zu machen. Yeah. Ja, schon tragisch, dass ich Toplane gestorben bin gegen den, aber Flash Ignite ist halt auch ein bisschen doof. Vor allem, das Schlimmere war dann der, äh, der zweite Toplane-Tot. Dass der mich da stunnt. Der hat ja mit seiner Q, glaube ich, meinen Out-Attack geniht. Na gut. Ist jetzt sowieso egal, ne? Ist passiert. Wir gucken einfach, dass wir das Beste draus machen. Der hat wahrscheinlich wieder Ignite ab. Das heißt, ich möchte den hier nicht unbedingt angreifen. Ist ja auch ein Level über mir. Meine Potion war sehr schlecht. Ich darf jetzt hier gerade kein Toplane-Play machen. Er könnte die Wave freezen, wenn er smart ist, aber... Oha, vielen, vielen Dank für deinen Twitch-Prime-Sub. Der ist übrigens mehrkostenfrei. Mhm. Ja, das ist nicht so gut, ne? Ich muss mich sehen. Ich muss mich sehen. Hä? Dann spammt er mich? Hat er... Hat er ein bisschen gesoffen? Nice, sehr gut. Sehr gut von mir, sehr gut. 2-1 getraded, ich kriege Kill auf den Jhin, wir kriegen Rannacken Kill, sehr, sehr gut. Krass, wie viel Damage der trotzdem macht, obwohl ich, obwohl ich, also ich bin ja Full-Arm oder so. It's crazy, my friends, it's crazy. Ich habe 27 TP ab. Anni ist auch around. Ich glaube, wir müssen geben. Ah, der macht das einfach instant. Ich kriege wieder den Return Kill. Uiuiui. That's a lot of damage. Ach, ja, ich stelle mich nicht so gut an gegen den. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist da halt aber auch wirklich schwierig, seine W zu... Mir ist der Talon stehen geblieben. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Ich bin schon Full-Armor, ne? Die könnte einfach Top-Lame bleiben und wir töten den hier. Hat er wieder Ulda, ist die Frage. We do know. Bastard. So, jetzt habe ich dich, Junge, jetzt habe ich dich. Ja, was machst du jetzt, hä? Hm, hm, hm? Ja. Ich mache aus dir, Junge, eine geile Handtasche. Die trage ich dann nicht mal, sondern die werfe ich dann in den Müll. Schönes Ding. Wo war da gerade noch Annie? Ah, okay. I'm dead. Oh, actually. I'm actually not dead, guys. I'm actually not dead. Wie ist sie so? Oh, Voidex, Janis, danke dir. Küsst du dir raus. Äh, für den sechsten Monat. Lilia habe ich gespielt. Ist in Ordnung, kann man spielen. Aber, ja, mehr würde ich auch nicht sagen. Wild. Pockers. Okay. Hm, ich habe Stridebreaker ab, der ist ein Level über mir. Kaufe ich mir Hallbreaker? Aber ich glaube nicht, ne? Der macht Trucks, glaube ich. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Junge, ich bin so ein räudiger Inter. Ui, ui, ui. Ich habe einfach nicht W gedrückt. Aber selbst mit W ist das bad. Ich habe gehofft, ein Team ist schneller da als Gegner gekommen. Der hat auch schon geultet, der Talon jetzt. Ja, die müssen das halt flippen, ne? Naja, schade. Das ist my bad. My bad. Was, lol, der Talon hat noch nicht geultet? Hä? Ich habe doch eben eine Ult gesehen von Talon, oder nicht? Oder bin ich komplett deppert jetzt? Sure, sage more. Gib mir Vision. Ui. Drake haben wir leider nicht bekommen, weil ich geintet habe. Aber, happens, right? Ich könnte natürlich hier enemy jungle camps nehmen. Eli Eins. 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 Fohann. Been da. confidently zu sichern. Dabei. Meter. Straining. Bis zum nächsten Mal! in jedem copen! Helfer. Fahr gleichzeitig請 sophisticated. In眼. Nicht, wie quéöm celebrating. Will der mich gerade schon wieder Flame dafür? Ich glaube, der Typ hat wirklich ein paar Gottkomplexe so. Da 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 Na na ni na 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 ni na na Der Renekton ist full damage Die Annie macht mich auf jeden Fall Und da 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 Ich habe überlegt, könnte sie da drin stehen? Ich habe es für extrem Unwahrscheinlich gehalten Scheiße Ach man, ich weiß Ich bin so scheiße Die Lilia eh macht schon ganz gut damage Not bad, not bad Da da jetzt nicht weiter rein Oh mein Gott, ich komme Ich komme, ich komme, ich komme Ich komme Ich bin so Ich bin so Ich bin so Arschloch. Boah, lebende Legende. Oh boy, I'm a living legend. Oh yeah. Meine Sidesteps sind besser als vom Tänzer. Turms zerstören. Oh, scheiße. Manchmal denke ich mir so, Phil, du hast echt gute Ideen. Und an anderen Tagen denke ich mir dann so, Phil, deine Ideen sind doch gar nicht so gut. Und Stopwatch, nice. Und dann denke ich mir wieder, oh mein Gott, Aphelios ist broken. Nee, nö. Was? Was? Bitte, bitte was? Nicer Champ auf jeden Fall. Ja, Leute, ich carry mal wieder hier. Von vorne bis hinten, von links nach rechts, zur Mitte, zur Titte, zack, zack. GGWP. Kein Problem, ich carry mal wieder, wenn ich carryen muss. Nice. Schönes Ding. Erstmal Dingsens jetzt reporten, ey. So ne Drecksau hier. aj pelsen attack hands mix aus Und jetzt geht's.